Hi Leute, ich bring euch bei, wie man richtig zeichnet. Genau, nicht falsch, sondern richtig. Als allererstes braucht ihr ne Idee. Wir zeichnen unseren besten Freund, wie er mit der Sonne spielt. Als allererstes zeichnet ihr ein Dreieck und dann die Sonne. Und natürlich dann den Rest. Wusstet ihr, dass noch kein Mensch auf der Sonne gelandet ist? Ich frage mich eigentlich, wieso? Die sieht doch so richtig schön aus. Da haben wir unseren besten Freund, wie er mit der Sonne spielt. Die Sonne hat sehr viel Spaß. Nächstes Bild. Zeichnen wir, wie unser bester Freund mit einem weiteren Freund Golf spielt. Dafür zeichnen wir ein Dreieck und natürlich den weiteren Freund. Und natürlich danach den Rest. Wusstet ihr, dass ich richtig scheiße war in Sport? Ich frage mich eigentlich, wie... Und da haben wir, wie unser bester Freund mit einem weiteren Freund Golf spielt. Guck mal, hat ihm sogar ne Überraschung hinterlassen. Nächstes Bild. Als nächstes zeichnen wir, dass unser bester Freund ein sehr gutes Buch liest. Dafür zeichnen wir ein Dreieck und ein Buch. Und dann natürlich auch den Rest. Wusstet ihr eigentlich, dass ich... Und da haben wir, wie unser bester Freund ein sehr gutes Buch liest. Harry Potter ist echt cool. Und sein weiterer Freund hat auch sehr viel Spaß. So, ich habe euch jetzt gezeigt, wie man richtig zeichnet. Ciao.